So, dann einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum heutigen Webinar mit dem Thema Isinger for Windows Custom Demon Development. Ich stelle wie immer ganz kurz NetWays vor, wer wir sind, was wir machen. Dann würde ich ganz allgemein nochmal auf das Thema Isinger for Windows an sich eingehen, was es ist. Dann ganz kurz auf die Demon Guidelines und dann entsprechend auch eine Live-Demo. So, NetWays an sich, wir sind ein Open-Source-Dienstleister mit 72 Mitarbeitern im schönen Nürnberg und spezialisieren uns eigentlich auf die Bereiche Open-Source-Systems-Management und Data Center Solutions. Heißt im Prinzip, wir versuchen, so viel es geht mit Open-Source-Technologien abzubilden, sei es jetzt eben im Bereich Monitoring mit Isinger, aber auch Configuration-Management, Log-Management, Visualisierung von Performance-Metriken, Incident-Management, Life-Cycle-Management und so weiter und so fort. Um hier einfach entsprechend alles soweit abbilden zu können. Wir sind sehr stark in der Community aktiv, das heißt alles, was wir entwickeln, wird in der Regel auch wieder als Open-Source zur Verfügung gestellt. Entweder in unserem eigenen Git oder auf Isinger Exchange, also Exchange-Isinger.com, wenn es eben Isinger-related ist. Alles andere beispielsweise, aber auch zum Beispiel in der Puppet-Forge oder sonst wo. Wir haben auch einen eigenen YouTube-Channel, das heißt auch dieses Webinar wird dann später entsprechend auf unserem YouTube-Channel online gestellt. Kann man sich da entsprechend noch angucken und stellen hier aber auch sonst noch Konferenzvideos bereit, beziehungsweise auch technische Anleitungen für diverse Softwarelösungen, beziehungsweise dann auch für unsere NDS-Plattform-Neuheiten, beziehungsweise hier auch kurze How-Tours. Wir bieten auch Schulungen an, das heißt sowohl Einstiegsschulungen, erweiterte Schulungen zu verschiedenen Themen, sei es jetzt eben Isinger, sei es zu Puppet, Greylock, Elastic, haben wir eben ein entsprechendes Schulungsportfolio. GitLab haben wir auch und gerade in der heutigen Zeit machen wir auch gerade einen Testballon mit Online-Trainings. Das heißt, dass die Trainings online stattfinden und man eben hier entsprechend dann auch, sage ich mal, die Schulungen trotz der aktuellen Situation dann durchführen kann. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema Isinger for Windows. Das ist das Themengebiet, worum es heute dann letzten Endes geht. Was ist Isinger for Windows? Es sind eine Sammlung aus PowerShell-Modulen, die letzten Endes dann die Installation und Verteilung von beispielsweise dem Isinger Agent einfacher machen, aber auch letzten Endes dann das Monitoring. Das heißt, wir haben hier eine sehr breite Bandbreite von Kommandos, von Commandlets, die ich dann eben nutzen kann, um dann eben meinen, wie gesagt, meinen Agent zu verwalten, meine Plugins auszuführen, aber auch viele weitere Themen hintendran, um zum Beispiel auch eigene Plugins zu bauen oder eben wie heute auch eigene Demons dann zu bauen. Es ist alles standardisiert in dem Sinne. Das heißt, wenn ich ein Plugin baue mit den Tools, die mir dann das Isinger Framework liefert, habe ich den Vorteil, dass mein Plugin-Output immer gleich ist, egal welches Plugin ich dann habe, also von der Grundstruktur her, von der Grundverarbeitung her. Das heißt, da bin ich auch unfassbar flexibel, weil ich selber alles erweitern kann, selber alles anpassen kann oder mir einfach neue Komponenten, wenn ich was brauche, relativ schnell und einfach dazuschreiben kann. Und es ist 100% Open Source. Das heißt, man kann sich alle Komponenten auch selbstständig runterladen beziehungsweise alles, was wir entwickelt haben, ist auch öffentlich verfügbar. Wir haben jetzt hier auch dann vier Komponenten, die wir momentan haben. Wir haben das PowerShell Framework. Das ist praktisch dann das Herz des Ganzen. Das heißt, hier ist alles grundlegend zusammen, was jedes Plugin, was jedes Modul, jeder Demons an sich brauchen würde. Das heißt, das kommt immer hier rein. Das ist die komplette Basis. Wir haben dann entsprechend die Plugins, die den Standard-Windows-Teil abdecken. Heißt dann eben CPU-Checks, Memory-Checks, Disk und so weiter und so fort. Oder Services ist hier alles entsprechend dann mit drin. Dann gibt es einen PowerShell Service. Das ist praktisch dann ein Service Binary, was in C Sharp geschrieben ist, was nichts anderes macht, als mir dann letzten Endes die PowerShell Instanz zu starten und dann diesen Background-Demon reinzuladen, weil ich PowerShell an sich per Default nicht als Dienst laufen lassen kann auf Windows. Ich könnte es natürlich einfach eine PowerShell Instanz über einen Scheduled Task laufen lassen, über den Cronjob laufen lassen. Aber prinzipiell ist das Service Binary halt schöner integriert letzten Endes, weil ich es schöner managen kann. Und dann zu guter Letzt gibt es das Kickstart-Skript. Und das Kickstart-Skript macht nichts anderes, als dass ich eine einfache Möglichkeit habe, das Ganze auf meinem System dann zu deployen und zu installieren. Dann, vorausgesetzt, ich komme eben ins Internet. Ansonsten kann ich hier aber natürlich auch entsprechend Custom-Quellen dann angeben, wo dann zum Beispiel mein PowerShell-Framework liegt oder meine Kickstart-Komponenten dann liegen. Also da bin ich relativ flexibel, ist eben nur für den einfachen Einstieg dann gedacht. Zur Installationswege, da gibt es mehrere Varianten. Ich kann natürlich das einerseits alles manuell installieren über die ZIP-Archive, das manuell auf die Systeme laden. Ich kann PowerShell-Gallery nutzen, ich kann die Nougat-Packages nutzen, die ich zum Beispiel auch von PowerShell-Gallery mir laden kann. Ich kann eben das Kickstart-Skript nutzen und das Ganze aber auch dann kombinieren. Das heißt, ich kann Custom-Repository-Quellen angeben, wo meine ganzen ZIP-Archive liegen für meine Plugins, für mein Framework, für zum Beispiel Custom-Module. Und kann hier dann hergehen und die letzten Endes dann auch einfach über zum Beispiel die Framework-Funktionen installieren. Zu den Repos gibt es auf powershell-gallery.com slash profiles slash isinga gibt es eine komplette Übersicht, was isinga hier letzten Endes dann bereitstellt. Das heißt, ich sage einfach Install-Module, gebe den Modulnamen an und dann wird das Ganze installiert. Ich kann es mir aber auch direkt von GitHub runterladen. Das heißt, das ist alles im isinga-space und der Namespace ist dann immer isinga-powershell. Und dann habe ich hinten eben Framework-Plugins, Service und Kickstart dann. Das heißt, auch wenn hier neue Komponenten dann dazukommen, was jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten passieren wird, dann werden die auch entsprechend im isinga-space landen und dann eben isinga-powershell ist in dieser Namespace. Und da sind die dann alle verfügbar. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema des heutigen Webinars und das ist ja Custom Demon Development. Und mal grundsätzlich, warum sollte man eigene Demons bauen? Grundsätzlich ist es so, ich kann, das habe ich im letzten Webinar gezeigt oder im vorletzten Webinar besser gesagt, wo es dann um die Einrichtung geht, ich kann Tasks zum Beispiel im Hintergrund ausführen. Das heißt, ein Custom Demon ist nichts anderes als ein PowerShell-Modul, was mir Funktionen bereitstellt, die es mir erlauben dann im Hintergrund ausgeführt zu werden. Das heißt, ich brauche dafür dann zum Beispiel den isinga-powershell-Service, der, wenn gestartet wird, startet er automatisch alle Demons, die ich entsprechend registriere und die können mir Tasks im Hintergrund ausführen. Beispielsweise, was wir heute machen, wir bauen einen kleinen Demon, der uns den isinga-Dienst neu startet, sofern der isinga-Dienst nicht läuft in dem Sinne, beziehungsweise dann anderer Dienst, je nachdem, was wir dann eben auch hier da haben. Ich kann dann auch Metriken über Zeit sammeln, das heißt, was es per Default im PowerShell-Framework ja gibt. Ich habe einen Service-Check-Demon, der läuft im Hintergrund, das heißt, ich registriere Checks und ihr führt mir zum Beispiel alle 30 Sekunden oder jede Minute, führt ihr mir den CPU-Check aus und sammelt sich dann die Performance-Werte, dass ich dann eine Load 1, 3, 5, 15 zum Beispiel dann auch auf den Windows-Systemen sammeln kann. Ich kann natürlich dann auch generell Endpunkte bereitstellen für Systemintegrationen, also relativ simpel, ich könnte mir auch irgendwie einen Web-Socket starten, wo dann eine REST-API draufläuft, wo ich mir Sachen anziehen kann, was ich dann auch für später für Inventory-Management nutzen kann oder für Hyper-V-Integration. Ich kann das Ganze aber auch nutzen, um passive Check-Results an isinga zu schicken. Das heißt, zum Beispiel, ich prüfe, ob ein Service verfügbar ist, ob irgendwas auf dem System funktioniert und habe dann mehr oder weniger eine Komponente, die regelmäßig im Hintergrund läuft und dann an irgendein System beispielsweise isinga meldet, hier habe ich jetzt ein Problem oder irgendwas funktioniert nicht. Und so kann ich die ganzen Demons nutzen. Das ist ein kleiner Teil, den man hier hat. Vermutlich wird die Community zig Ideen haben, was man damit machen kann in dem Sinne, aber das sind so praktisch mal ein paar Punkte, die vielleicht ganz relevant sind. Wie sind jetzt die Guidelines von so einem Demons? Prinzipiell ist es so, pro Demons ein eigenes Modul. Das heißt, wenn ich jetzt eine REST-API baue, dann ist das ein eigenes Modul letzten Endes, was bereitgestellt wird, was separat installiert wird. Warum? Es macht es einfacher. Ich habe natürlich vielleicht dann gegebenenfalls irgendwann mal zehn Module installiert. Es macht es mir aber grundsätzlich erstmal einfacher, weil ich A, die Entwicklung entkopple und nicht abhängig bin von anderen Komponenten, beziehungsweise wenn ich links was ändere, dann mache ich rechts nicht zwangsläufig irgendwas kaputt, weil ich sauber auch mit Abhängigkeiten arbeiten kann, dann zwischen den einzelnen Modulen. Wichtig ist auch, dass die Commandlets alle sauber getrennt sind. Also hier vor allem in dem Hintergrund, dass ich zum Beispiel, wenn ich mehrere Kommandos habe und nutze innerhalb meines Demons, dass die sauber ähnlich wie bei einem Plugin sauber in der Ordnerstruktur drin sind und dann eben das Modul diese Module entsprechend noch lädt. Also diese Submodule, dass man immer eine PSD1-Datei mitliefert, einfach, dass man ein Manifest hat, wo auch entsprechend hinterlegt ist, welche Version vom Framework brauche ich zum Beispiel oder brauche ich andere abhängige Module letzten Endes. Das ist A, zum einen für PowerShell Gallery wichtig, wenn ich es veröffentliche, zum anderen aber auch unterstützt es mich beim Troubleshooting, wenn ich ein Modul installiere und es fehlt einfach eine Abhängigkeit letzten Endes. Und dann natürlich eine gute Dokumentation, dass man eben das Ganze sauber integrieren kann, je nachdem, ob man dann irgendwas baut, was sich in den Director noch mit reinhängt zum Beispiel oder generell, was einfach dann jemandem hilft, das Ganze zu nutzen, zu betreiben dann. Und wie wir das Ganze jetzt machen, das schauen wir uns jetzt einfach mal in der Live-Demo entsprechend an. Grundsätzlich ist es so, wenn ich auf Isinga.com, Docs Windows Latest gehe, habe ich natürlich erstmal eine Übersicht über die ganze Einleitung von Isinga for Windows zum Beispiel. Was ich jetzt natürlich machen kann, ich kann auf die Installation Guide gehen und habe hier unten zum Beispiel die Service-Installation. Da gibt es hier entweder, wenn ich das Framework installiere, mache ich das. Normalerweise ist es meine Empfehlung, das mit dem Wizard zu machen. Wenn ich es mit dem Wizard mache, fragt er mich, ob ich den Service installieren möchte. Wenn ich das getan habe, das erfolgreich ist, ist der Schritt schon erledigt. Was man jetzt aber natürlich machen kann, ist, ich kann das Ganze manuell installieren und dann habe ich hier unten Install the Service. Da gibt es hier einen Installation Guide, wie ich den Service komplett Schritt für Schritt installiere, wo ich das Binary dafür herkriege, was ich wie machen kann, wie ich Framework-Komponenten dafür nutzen kann und so weiter. Auch welche Standarddienste es auf Windows letzten Endes gibt, die ich dann dafür nutzen kann, wie ich das Ganze registriere. Alles Schritt für Schritt komplett dann definiert und beschrieben. Und dann gibt es hier unten dann den Punkt, sobald ich das als Service konfiguriert habe, natürlich Registering Background Demons. Das ist erstmal, wenn ich jetzt einen vorhandenen Demons schon habe und den installiert habe, wie ich den dann reinbekomme, dass das Ganze funktioniert. Und wir schauen uns jetzt heute an, wie wir Custom Demons dann bauen. Das heißt, alles, was wir heute auch machen, ist auch online verfügbar. Das heißt, ich werde auch tatsächlich diesen Developer Guide hier komplett dann mal durchgehen, von oben nach unten, dass man da auch dann, sage ich mal, das Schritt für Schritt nachvollziehen kann, was wir da eigentlich dann machen. So, damit das Ganze funktioniert, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich switche jetzt einfach in Visual Studio Code und ich bin hier schon in meinem Modulverzeichnis, wo alle PowerShell-Module letzten Endes geladen werden und lege hier jetzt erstmal eine neue Datei an, beziehungsweise einen neuen Ordner an und diesen Ordner nenne ich Isinga PowerShell Agent Service. So, das können wir hier auch aufklappen und was wir jetzt als erstes machen, wir legen hier eine neue Datei an und nennen die PSM1. Also Isinga PowerShell minus Agent Service PSM1. Wichtig ist immer, das sage ich in jedem Webinar dazu, dieser Name PSM1 muss mit dem hier übereinstimmen, auch mit der PSD, ansonsten weiß PowerShell nicht, welches Modul er es letzten Endes laden soll. Jetzt kann man natürlich noch gucken, ob man die Datei anblocken muss. Wir werden das vermutlich nicht brauchen, aber das kann man relativ einfach testen. Und zwar kopiere ich mir jetzt einfach mal diese Standardfunktion hier rein, letzten Endes Testing the Module. Das heißt, ich habe eine Funktion Test My Isinga Agent Service und die sollte mir was ausgeben. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Funktion hier kopiere, hier unten einfüge, dann habe ich hier Module Was Loaded. Also, meine Funktion funktioniert. Ich kann auch eine neue PowerShell Instance starten, um zu verifizieren, dass es auch wirklich funktioniert. Jawohl, funktioniert. Das ist schon mal Schritt 1. Bevor ich anfange, irgendwas zu entwickeln, ähnlich wie bei den Plugins, bevor ich anfange, etwas zu entwickeln, schaue ich erst mal, funktioniert mein Modul an sich überhaupt? Kann ich es überhaupt laden? So, und jetzt kommt dann der spannende Punkt, denn jetzt fangen wir an, tatsächlich unser Modul an sich zu bauen, unseren Demon hintendran. Was jetzt halt so ist von der Architektur her, das PowerShell Framework stellt grundsätzlich alles bereit. Das heißt, alle Funktionen oder der Großteil der Funktionen kommt direkt aus dem Framework. Und was wir letzten Endes tun, ist folgendes. Wir nutzen diese Funktionen und bauen dann letzten Endes darauf unseren Demon. Das heißt, da wir als Voraussetzung das PowerShell Framework haben, das PowerShell Framework dann später diese Funktion hier ausführt, ist es so, dass wenn ich das als Service Binary hintendran laufen lasse, automatisch das Framework installiert wird, initialisiert wird. Das heißt, ich muss hier, ähnlich wie bei den Plugins, ich muss kein Use-Issing oder irgendetwas schreiben, weil das macht das Framework für mich hintendran automatisch schon, weil sich diese Funktion hier oder dieses Modul komplett reinhuckt in das Ganze. So, jetzt ist es so, was haben wir? Wir haben prinzipiell so, dass die Demon-Architektur so ist, hintendran, wenn ich den Demon dann starte, passiert Folgendes, dass er letzten Endes, wenn ich die Demons registriere, dass ich einen neuen Thread starte. Und dieser Thread kümmert sich dann darum, dass alles dann entsprechend läuft und funktioniert. Und das Ganze kann ich auch entsprechend testen. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben jetzt diesen Start-Issing-Agent-Service-Test. Was wir jetzt machen können, ist Folgendes, und das können wir auch im Vorfeld schon machen. Ich mache hier mal Use-Issinger hier unten, dass er hier das Framework lädt, weil das eine eigene Shell-Instanz ist. Und was ich jetzt machen kann, ist Register-Issinger-Background-Theme. Da steht ganz unten, steht das in der Dokumentation noch drin. Und jetzt sage ich hier einfach, ich registriere diese Funktion. Start-Issinger-Agent-Test. Ist nicht verfügbar. Warum ist die nicht verfügbar? PowerShell. Jetzt müsste es gehen. So, machen wir eben Use-Issinger. Also, es ist auch so, wenn eine Funktion nicht verfügbar ist, das sieht man hier, dann meckert auch letzten Endes der Registrator dafür. Also er meckert tatsächlich und sagt, die Funktion gibt es nicht. Das heißt, es ist auch ein Indikator dafür, dass man vielleicht was ändern muss. So. Jetzt ist unser Background-Demon auch entsprechend registriert. Das heißt, der ist da. Und jetzt kann ich sagen, get-Issinger-Background-Demons. Und jetzt sehe ich hier, start-Issinger-Agent-Service-Test. Der ist jetzt registriert. Was im Prinzip passiert, wenn ich jetzt die PowerShell-Instanz starte, er führt einfach diese Funktion aus in einem eigenen Thread. Das heißt, es ist keine neue PowerShell-Instanz. Es läuft eine PowerShell-Instanz im Hintergrund. Und innerhalb dieser PowerShell-Instanz werden dann weitere Threads gespawnt. So. Um das Ganze jetzt einmal sauber zu testen, kann ich Folgendes machen. Ich mache nochmal eine neue PowerShell auf. und sage, use-Issinger. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, start-Issinger-PowerShell-Demon. So. Was ich jetzt prinzipiell habe, ist, ich habe das Ganze im Vordergrund gestartet. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung. Ich starte den PowerShell-Demon im Vordergrund. Und jetzt ist es so, dass hintendran weitere Threads gespawnt sind. Und diese weiteren Threads kann ich jetzt einfach nutzen. Um letzten Endes, ja, um mir Sachen rauszuziehen, letzten Endes über die, also Live-Debugging dann zum Beispiel zu machen in dem Sinne. So. Ist jetzt in unserem Fall relativ sinnfrei. Darum mache ich das wieder zu, weil wir haben ja noch nichts gemacht. Damit das Ganze jetzt weitergeht, aber das nur zur Ergänzung einfach. Damit das Ganze jetzt relativ einfach vorangeht, brauchen wir erstmal ein entsprechendes Basiskonstrukt. Und das Basiskonstrukt ist immer so, ein Daemon hat immer einen Skriptblock. Das heißt, prinzipiell ist es so, ich baue mein komplettes Code-Sammelsurium, was ich später nutzen werde, um dann meinen Daemon auszuführen, kommt in diesen Skriptblock rein, weil dieser Skriptblock wird dann später entsprechend als eigener Thread gestartet und wird dann entsprechend ausgeführt. Und damit wir das Ganze jetzt dann noch parametrisieren können, nehmen wir jetzt einfach hier noch ein Parameter mit. Das funktioniert wie bei anderen Funktionen genauso. Ich habe ein Param und sage hier, Isinger Daemon Data. Warum Isinger Daemon Data? Das ist relativ einfach. Wenn ich nämlich hergehe und ich mache nochmal eine PowerShell auf, dann können wir das nochmal ganz kurz auch demonstrieren. Und zwar, wenn ich sage, Use Isinger, Start Isinger PowerShell Daemon, dann habe ich Global Isinger Daemon Data. Und hier in dieser Global wird alles reingeschrieben, was von dem Daemon letzten Endes dann genutzt wird. Ich sehe hier zum Beispiel auch, welche Threads gerade laufen, wie die entsprechend konfiguriert sind. Das steht alles hier in diesen Daten letzten Endes drin. Und damit ich das eben auch später innerhalb des Moduls oder des Daemons nutzen kann, muss ich das einfach übergeben, weil es eine neue Session ist. Das heißt, hier eine neue Globals definiert wird. Also hier innerhalb des Daemons wird eine neue Globals definiert. Damit ich aber die Parent Globals bekomme, schleuse ich das hier einfach entsprechend dann mit durch. Das heißt, die Haupt-Daemon-Instanz startet sich. Hier stehen alle Daten dann drin. Das sind synchronisierte Hashtables dann oftmals, dass sich auch die Daemons untereinander die Daten zuschieben können letzten Endes. Und das muss ich einfach als Parameter hiermit angeben. So, da das jetzt eine neue Shell-Instanz ist, die wir hier mehr oder weniger starten, also ein neuer Thread, der wird neu initialisiert, brauche ich mein Framework wieder. Das heißt, ich muss das Framework einmal laden. Das mache ich mit Use-Issinga, mit Lip-Only und als Daemon. Lip-Only heißt, er macht alles nur, was er für die Ausführung letzten Endes braucht. Das heißt, es werden sehr viele Daten einfach gar nicht angelegt beziehungsweise gar nicht geladen, weil ich brauche einige Sachen noch gar nicht. Also ich brauche nur die Library und das Ganze soll als Daemon laufen. Das gebe ich mit an. Und dann möchten wir jetzt zum Beispiel mal gucken können, ob überhaupt irgendwas passiert. Machen wir es uns jetzt mal einfach und bauen hier einfach mal folgendes rein. Wir haben Isinga-Demon-Data, Background-Demon, das sehen wir hier. Background-Demon, das sind praktisch jetzt meine Daemon-Daten. Und hier mache ich jetzt Test-Issinga-Agent-Service. Lege eine Synchronized-Hashtable an und innerhalb dieses Synchronized-Hashtable sage ich jetzt den Service-State. Gebe ich einfach eine Hashtable, Key-Value-Pair und das ist auch eine Synchronized-Hashtable. So, das heißt, wenn ich den Daemon jetzt starten würde, damit das Ganze funktioniert, würde er letzten Endes diese Daten hier entsprechend reinschreiben. Jetzt ist es aber so, wir haben hier einen Daemon hinten dran. Das heißt, der Daemon führt einmal diese Funktion aus, dann wird später der Script-Block entsprechend gestartet und dann beendet er sich wieder. Das heißt, ich muss den irgendwie festhalten und damit ich ihn festhalten kann, brauche ich dann einfach noch eine While-True-Schleife. Das heißt, ich sage einfach While-True, das heißt, lauf einfach so lange, bis der Dienst neu gestartet wird. Das heißt, es ist eine Endlosschleife und wichtig ist dabei aber, und das ist wirklich wichtig. Wenn ich das so mache, kann es durchaus passieren, dass ich mir die CPU kille, einfach weil er keine Pause hat. Das heißt, immer einen Sleep hinten dran hängen. Oder aber, wenn ich irgendwas anderes baue, wo ich Blocking-Events habe, zum Beispiel, ich starte einen TCP-Daemon oder sonstige Sachen und warte auf Verbindungen, brauche ich natürlich keinen Sleep, weil die While-Schleife dann wartet, bis eine Verbindung aufgebaut wird, bis es weitergeht. Ansonsten, wenn ich was habe, was regelmäßig dann durchläuft, wo ich keine Blocking-Events habe, einfach der CPU auch mal eine Pause geben, weil, ja, das ist sonst kein Spaß. Okay. Das ist jetzt mal grundsätzlich eine relativ gute Basis, in dem Sinne, wo ich jetzt anfangen kann, mir diverse Sachen dann zu bauen, beziehungsweise, wo ich dann anfangen kann, zu sagen, okay, ich bin jetzt relativ gut, ich schreibe hier schon mal Daten letzten Endes rein, ich habe eine While-Schleife und jetzt möchte ich natürlich, dass das Ganze auch ausgeführt wird. Damit das Ganze ausgeführt wird, gibt es eine Funktion, die aus dem Framework kommt und das heißt, New Isinga Thread Instance. New Isinga Thread Instance, der gebe ich einen Namen mit, in meinem Fall Isinga PowerShell Isinga Agent State Check. Das heißt, unser Modul soll später prüfen, läuft der Isinga Agent Dienst und wenn nicht, soll er ihn neu starten. Dann habe ich hier unter Global, Isinga Demon Data, Isinga Thread Pool, Background Pool. Das ist der Default Thread Pool, der vom Framework kommt. Das heißt, sobald ich diese Funktion hier starte, Start Isinga PowerShell Demon, wird automatisch diese Variable hier als Thread Pool befüllt. Das heißt, die ist entsprechend vordefiniert, wie viele Background Threads ich starten kann und wie viele Subthreads es gibt. Natürlich kann ich auch mir eigene Background Pools dann bauen letzten Endes, wenn ich das möchte, was dann beispielsweise relevant wird, wenn ich zum Beispiel im Hintergrund mehrere Sachen einfach ausführen möchte mit mehreren Subthreads, wo ich dann sage, da können auch mal 20 Threads dann starten, dass ich da einfach in kein Limit laufe beziehungsweise das alles besser steuern kann. Ich übergebe meinen Script Block. Das ist der Isinga Service Test hier oben. Den übergebe ich hier unten einfach. Dann entsprechend meine Argumente, die habe ich hier angegeben. Isinga Demon Data. Das heißt, in der Reihenfolge, wie ich das hier angebe, muss ich es auch hier unten angeben. Ich schleuse jetzt hier einfach Global Isinga Demon Data durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten Parameter habe, kann ich hier auch ZLow reinschreiben und schreibe hier zum Beispiel dann einfach noch Message rein. Das heißt, diese Reihenfolge hier muss auch mit dieser Reihenfolge hier übereinstimmen. Also ganz wichtig, aber es sind klassische Programmier-Vorgehen. Und dann sage ich hier noch Minus Start und das heißt, er startet diesen Thread auch dann gleich schon. Das heißt, wenn ich das nicht mache, muss ich manuell starten. Da ich das Ding aber nicht anfassen möchte, mache ich das einfach so, dann wird er gleich automatisch dann gestartet. So, wichtig ist auch diese komischen Apostrophen. Ich vergesse mal den Namen, wie sie heißen. Wenn ich Multiline machen möchte, gebe ich die einfach entsprechend an. Dann habe ich die einfach dann entsprechend auch da. So, und jetzt haben wir prinzipiell folgendes. Wir haben diesen Demon ja schon registriert mit Register Background Demon. Man sieht es hier unten. Und wenn ich ihn jetzt starte, wir gehen hier mal ganz kurz eine Shell raus und machen einen neuen, nein, kein Sudo. Das war falsch. Machen einfach eine PowerShell auf, eine neue. Und jetzt starte ich einfach diesen Demon nochmal im Vordergrund, was mir gerade fürs Debugging hilfreich ist. So, und jetzt wenn ich hergehe, Glaube ist Singer Demon Data. Dann sehe ich jetzt hier unter Background Demon, dass der Test ist Singer Agent Service. Der ist da. Ich kann hierauf entsprechend zugreifen und sehe hier zum Beispiel meine Service Date Variable. Ist alles da und ist relativ simpel. ich musste gar nicht viel machen. Das ganze Framework kümmert sich hinten dran um alles praktisch. Und jetzt kann ich hier noch hergehen und kann mal gucken. Ist Singer Threads und ich sehe hier ähm 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 ach nee ist Key oder äh Keys ah Keys ähm dann sehe ich jetzt ich habe den Istinger PowerShell Background Demon das ist mein Haupt Demon der von dem Service gestartet wird und das ist jetzt mein eigener mit meinem Namen den ich hier entsprechend angegeben habe. Damit wird der entsprechenden gestartet registriert. Das heißt damit kann ich auch ähm gucken welche Demons laufen denn gerade. So und jetzt möchte ich natürlich ähm ähm in unserem Fall wissen wie ist denn der Service von Isinger 2. Ist der Service installiert und letzten Endes äh läuft dieser Dienst. Das kann ich dann wieder mit PowerShell Bordmitteln einfach machen. Ich kann hier reingehen und kann einfach sagen Service Date Get Service Isinger 2 äh Error Action Silently Continue heißt wenn der Service nicht installiert ist kriege ich hier einfach Null zurück und kann das entsprechend abhandeln. So das Ganze machen wir auch indem ich dann hier einfach jetzt sage ähm if Null Not Equal Service Date ähm und ansonsten ähm mache ich einfach folgendes ähm das kann ich hier mitmachen so das können wir hier reinkopieren so ich habe eine Funktion die heißt Add Isinger Hashtable Item Add Isinger Hashtable Item ist eine Hilfsfunktion damit ich mit Hashtables sauber umgehen kann das heißt ich gebe einerseits meine Hashtable an die ich befüllen möchte beziehungsweise die ich anpassen möchte das ist dann hier oben was ich angelegt habe ist Singer Demon Data Background Demon Test Isinger Agent Service was ich hier anlege und Service Date dann möchte ich einen Key setzen das ist der Key Value und dann habe ich hier jetzt Service State Status in dem Fall ist es aber Null das heißt ich sage hier einfach ähm Not Installed sage Override und Out Null ganz ganz wichtig wenn ich mit Add Isinger Hashtable Item arbeite immer ein Out Null zurückgeben ähm weil hier wird nämlich ein True False Wert zurückgegeben letztendlich den ich abfangen könnte ich brauche ihn in meinem Fall jetzt hier nicht ähm drum mache ich hier einfach Out Null und mit Override sage ich einfach wenn in dieser Hashtable der Key nicht vorhanden ist wird er angelegt wenn er vorhanden ist ähm wird er in Ruhe gelassen außer ich mache Override dann überschreibt er den Wert mit diesem Value so und jetzt weiß ich lustigerweise gar nicht ob der Service hier installiert ist das schauen wir mal Get Service ist in Get 2 der ist nicht installiert das heißt letzten Endes müsste folgendes passieren wenn ich den Dimon jetzt neu starte beziehungsweise diesen Thread hier neu starte müsste theoretisch jetzt er mir sagen dass dieser Dienst nicht läuft beziehungsweise dass er nicht installiert ist das gucken wir uns einfach mal eben an ähm holen uns hier wieder mit Global Isinger Demon Data haben wir Background Demon wir haben Testing Agent wir haben Service Date wir haben ein Value und er sagt uns hier Not Installed er ist nicht installiert hervorragend funktioniert also das haben wir schon mal mit drin und jetzt gehen wir her und wollen natürlich aber dass wir entsprechende Änderungen sag ich mal haben also dass wir sehen wenn der Dienst installiert ist was haben wir für Werte das können wir relativ einfach machen wir haben auch hier wieder Add Isinger Hashtable Item das heißt wir schreiben erst mal nicht nur Not Installed rein sondern wir schreiben jetzt hier den eigentlichen Status letzten Endes rein in das Ganze also ob er Running ist Stopped ist oder Pending Started wie auch immer was es da eben alles gibt und dann brauchen wir eine kleine Logik die uns eben entsprechend hilft zu gucken ob das alles passt so das machen wir jetzt wie folgt wir haben hier jetzt eine kleine If Schleife If Service Date Status Not Equal Running das heißt ich kriege immer raus ob der Dienst läuft oder nicht wenn der Dienst nicht im Status Running ist dann soll er den Dienst einfach neu starten ansonsten macht er einen Restart Error Account oben drauf das heißt entsprechend wenn ich den als Background Demon laufen lasse und mein Dienst unter der mein PowerShell Framework läuft hat nicht die Berechtigung Dienste neu zu starten was durchaus sein kann laufe ich hier einen Fehler rein und dann zähle ich einfach diese Fehler Counter entsprechend hoch ist ein entsprechender Restart Error Key hier und damit kann ich entsprechend das Ganze überschreiben damit ich jetzt diesen Restart Error Counter auch ordentlich aber habe muss ich natürlich noch eine Sache machen ich muss diese Variable einmal initialisieren das mache ich außerhalb der Wild Schleife und sage einfach hier wir machen Integer Restart Error null ich muss mir den Wert nicht rausholen aus dieser Hashtable weil da ich innerhalb der Wild Schleife hier drin innerhalb einer Instanz initialisiere ich diesen Wert und zähle hier einfach entsprechend immer hoch natürlich kann man jetzt zum Beispiel auch hier einfach sagen was mir gerade auffällt ich kann auch hier einfach sagen wenn er neu gestartet ist mache ich Restart Errors null das Ganze können wir jetzt natürlich noch ein bisschen schöner auch definieren indem ich sage Service Name ist Isinger 2 und kann hier dann einfach auch den Service Namen angeben letzten Endes was jetzt relativ cool ist weil ich könnte jetzt auch sagen ich übergebe das Ganze als Argument hier oben einfach das heißt ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen mein Service Name wandert hier oben hin der fliegt hier raus und ich gebe einfach hier unten jetzt ein dass ich hier meinen Isinger 2 Dienst starten möchte zum Beispiel so kann man das Ganze auch stetig weiterentwickeln immer den Code weiterrefactoren bis man am Ende ein Ergebnis hat und jetzt gucken wir uns mal an was letzten Endes passiert da wir den Isinger Dienst nicht haben nehme ich jetzt einfach den Isinger PowerShell Dienst Isinger PowerShell der ist nämlich drauf ist das gleiche Prinzip Get Service Isinger PowerShell ist running so und jetzt gehe ich hier in eine neue Shell rein und dann starten wir nochmal den Demon dann schauen wir was passiert ob alles funktioniert ob wir alles richtig gemacht haben wir gucken jetzt hier mal rein Service Date is running Hurra das funktioniert dann machen wir jetzt mal folgendes und sagen einfach jetzt brauche ich eine PowerShell und jetzt sagen wir einfach Stop Service Isinger PowerShell so habe ich jetzt hier mal gestoppt und jetzt machen wir mal Get Service Isinger PowerShell und wir stellen fest unser Dienst ist gestoppt der läuft nicht so warum läuft er nicht wir gucken mal rein Service Date der ist gestoppt und offensichtlich scheint sich hier nichts zu tun wenn ich jetzt neu starte kann man ganz schön gucken ob er Start Service Isinger PowerShell dann können wir eben mal gucken ob der Dienst auch ob er das hier aktualisiert running okay das geht schon mal also ihr versteht das funktioniert jetzt müssen wir rausfinden warum kann er den Dienst nicht neu starten ich sage Restart Service offensichtlich kommt er dann hier unten nicht rein aus irgendwelchen Gründen das kann sein weil wir kein Admin sind das heißt wenn ich jetzt hergehe ich mache die Shell hier wieder zu und ich gehe mir eben jetzt in diese Shell hier rein starte hier den Demon weil wir hier jetzt Admin sind wenn ich jetzt hier reingehe Service Date is running Stop Service Isinger PowerShell dann ist er trotzdem running ich stoppe ihn wieder jetzt ist er stoppt und jetzt kann es dann hoffentlich nach 5 Sekunden irgendwann läuft er auch wieder ohne dass wir jetzt irgendwas gemacht haben weil ich natürlich beim normalen Service User ich letzten Endes die die Berechtigung nicht habe dafür einen Dienst neu zu starten das ist was ich gemeint habe also muss man aufpassen dass die Berechtigung stimmt grundsätzlich ist es jetzt aber so es funktioniert so und jetzt müssen wir uns natürlich anschauen warum geht das nicht ich habe eine Vermutung wir machen hier Arrow Action Stop das heißt ich sage diesem Restart Service die Arrow Action ist ein harter Stop das heißt er sollte mir hier unten auch reinknallen letzten Endes damit es auch wirklich abfängt die Exception dann machen wir die Shell hierzu ich brauche mal eben so ich mache mal eben hier ein neues Terminal auf so ein Webinar Terminal so machen wir PowerShell wieder so da habe ich das zugemacht jetzt gehen wir nochmal her führen das hier auch habe ich hier nämlich eine saubere Instanz das ist auch größer so wir starten wieder den Daemon hoch ähm und holen es ein Service da raus funktioniert Stop Service ist in der PowerShell so jetzt ist er gestoppt hervorragend weil alle 5 Sekunden läuft der Daemon ähm so und jetzt läuft er wieder wenn ich jetzt hergehe kann ich zum Beispiel folgen dass wir nochmal hier eine Webinar Shell auf die machen wir zu wenn ich jetzt hergehe mache ich hier eine neue Shell auf und sage jetzt wieder ohne Admin Berechtigung dann müsste er jetzt den Error Account auch wieder hochschreiben weil ich habe hier keine Berechtigung Dienst neu zu starten das heißt er müsste jetzt hier wenn ich ihn stoppe Stop Service ist in der PowerShell also einfach nur um das mal zu demonstrieren wie das Ganze jetzt funktioniert Service Date jetzt habe ich hier einen Restart Error weil einfach die Error Action nicht richtig war das muss ich in der Doku noch anpassen ähm aber jetzt läuft das Ganze hoch und jetzt sehe ich okay ich habe einen Restart Error der zählt jetzt einfach hoch der Dienst ist gestoppt und ich sehe sofort okay irgendwas haut nicht hin irgendwas funktioniert nicht und so kann ich das auch a zum einen live debuggen das Ganze ähm um zu gucken funktioniert mein Code mit dem zum anderen kann ich diese Daten aber völlig frei befüllen letzten Endes ähm und jetzt kann ich natürlich noch eine Sache machen ich habe jetzt hier unten hart reingeschrieben Isinga PowerShell das ist natürlich jetzt weniger äh optimal weil natürlich möchte ich das Ganze ja vielleicht auch parametrisieren das heißt ich kann diese Background Demons auch entsprechend ähm mit Parametern versehen und sage hier zum Beispiel Service Name so dann kann ich hier auch entsprechende Regelung rein machen if string manchmal hängt sich immer diese komische ähm Shell hier unten auf das ist immer relativ seltsam dann funktioniert die Code Completion dann auch nicht ist immer relativ komisch und tatsächlich wischelst du die Code verabschiede glaube ich ähm hallo ähm ja machen wir es mal neu auf ok hat sich wir schon zu der Code verabschiedet sehr gut ähm so if string is null or empty Service Name mache ich jetzt einfach hier einen harten Return rein natürlich würde ich jetzt hier zum Beispiel Sachen reinschreiben wie ähm write äh was Moment use singer ähm write is singer event message und würde dann zum Beispiel in mein Eventlog diese Daten reinschreiben letzten Endes dass er den Dienst nicht starten hat können ähm das ist neu das kommt mit mit der Framework Version 1.1.0 es gibt einen Eventlog Writer jetzt dann und da kann ich dann eine Event ID angeben ähm wichtig ist hierbei dass diese Event IDs entsprechend im Framework dann hinterlegt und ähm gepflegt sind das heißt ähm es gibt dann unter den jeweiligen Komponenten ähm unter Logging gibt es dann hier Eventlog Anoms zum Beispiel das heißt pro Modul kann ich das hier dann pflegen das heißt ich gebe dann die jeweilige ID an hier pflege ich dann die ganze Nachricht und das wird dann entsprechend im Eventlog gesammelt kann jetzt zum Beispiel hier sagen ich mache diesen Error 1005 zum Beispiel den gebe ich einfach mit rein ähm hier oben Event ID 1500 dann ist es mein Namespace in dem Fall ist es jetzt Framework weil das die Event ID aus dem Framework ist und dann kann ich hier noch Objects mitgeben und hier einfach dann den Service Name das heißt ich kann hier auch äh generell PowerShell Objekte Hashtables und so weiter reinschmeißen die werden dann serialisiert und entsprechend auch gleich ins Eventlog reingeschrieben dann wichtig ist ich muss diese IDs eben entsprechend dann pflegen ich mache das dann pro Modul das heißt auch hier würde ich jetzt normalerweise dann eine Eventlogenums pflegen wo ich dann entsprechend diese Fehler innerhalb dieses Modules ähm behandle so und jetzt habe ich hier den Service Name und den gebe ich hier unten jetzt ein übergebe ich hier unten jetzt einfach so und was ich jetzt machen kann ist folgendes denn jetzt ist ja ein Demon der jetzt läuft beziehungsweise den wir registriert haben und jetzt kann ich wieder sagen get isinger background demons ich sehe den hier kann den jetzt zum Beispiel löschen ähm ähm äh remove isinger ach ne Moment unregister unregister isinger background demon dann nehme ich den background demon und sage ich will den hier wegschmeißen so background demon has been removed so dann kann ich natürlich jetzt wieder hin und sagen register isinger background demon und jetzt kann ich zum Beispiel her gehen und kann sagen ich möchte das Kommando haben das ist dann das hier start isinger agent dann sage ich arguments das ist dann der hashtable und dann sage ich hier jetzt einfach ähm service name gleich isinger powershell dann ist der registriert get isinger background demon sehe ich jetzt hier ich habe das hinterlegt mit einem value service name das Ganze kann ich auch dann durchgehen value sind hier service name isinger powershell der ist damit jetzt hinterlegt und entsprechend dann verfügbar wenn ich jetzt wieder eine shell aufmache kann ich dann auch entsprechend sagen ähm ich starte das Ganze und dann sehe ich hier auch entsprechend der dienst ist gestoppt der dienst ist nicht verfügbar und dann kann ich den auch hier wieder einfach in der admin shell dann dann starten letzten endes dann habe ich hier wieder ein anderes ergebnis dass er zum beispiel running ist ähm und wenn ich das in der admin shell starte dann funktioniert es auch wieder und so kann ich das ganze relativ simpel relativ einfach dann mit argumenten einfach dann angeben und entsprechend dann starten beziehungsweise nutzen und eine einen punkt habe ich noch den ich gerade nicht weiß ob der funktioniert ähm das ist wahrscheinlich so nicht gebaut dafür gerade ähm ist nur ein test weil die frage wird bestimmt auch kommen letzten endes da sehe ich sie schon kann ich dann mehrere dienste angeben jawohl ähm ist genau die frage weiß ich nicht ähm offensichtlich nicht punkt values is in got 2 okay ähm nein ich kann den demon nur einmal starten letzten endes ähm ja demons mit den kommandos kann ich nur einmal starten stimmt das habe ich so eingebaut weil es mit dem namespace da nicht hinhaut ähm prinzipiell ist es so was ich jetzt natürlich machen könnte ist ich könnte sagen dass das jetzt zum beispiel hier ein array ist also ich könnte jetzt sagen das ist jetzt ein array und könnte hier dann mehrere ähm services dann letzten endes übergeben müsste das hier natürlich entsprechend dann zu zu einem array umbauen dann und so weiter und dann eben hier innen drin entsprechend alle services handle netzen also so könnte man das dann auch umbauen dass man einfach äh das in diese richtung dann macht ähm punkt count equal null es ist kein service drin wir sagen hier auch explizit das hier ist ein array ähm so values jetzt sehen wir hier service name isinger 2 isinger powershell ähm und jetzt müssten wir hier das halt noch umbauen letzten endes dass der service date dass das für jeden service dann ein einzelner status dann ist letzten endes mit dem service namen und so weiter ähm aber ich glaube die idee prinzipiell ist jetzt ähm äh dahinter ist klar was man damit machen könnte ähm weil sonst jetzt noch ein paar minuten hier ist umzubauen und zu testen aber dass man so als grundgedanke als grundidee wie man hier letzten ende sag ich mal relativ schnell den demon baut der wenn er entsprechende berechtigung hat auch wirklich aktionen ausführt und jetzt wie gesagt natürlich wird die community auch sehr viele ideen vielleicht haben ähm ich kann jetzt auch websockets bauen ich kann einfach hier regelmäßig mir systemdaten rausziehen und mit dem webrequest die daten passiv an isinger 2 zum beispiel schreiben oder irgendwas anderes triggern letzten endes was man eben haben möchte ähm könnte man damit auch prüfen ob log dateien existieren regelmäßig und ja dann den status in isinger schicken ja könnte man machen also könnte man damit auch machen letzten endes ist kein problem ähm ist gerade eine frage hier aufgeploppt ähm dann haben wir noch eine frage kann ich die event log daten auch wieder auslesen ähm ja also die event log daten kann ich natürlich auslesen ich kann ins event log gehen dann sehe ich natürlich alle nachrichten die drin stehen ich kann aber auch sowas wie grey log oder elastic dann hernehmen und kann dann entsprechend die ähm ähm nach den events dann filtern also die sind entsprechend ähm auch hinterlegt das heißt wenn ich hier mal die windows protokolle reingehe ähm dann habe ich hier auch entsprechend die meldungen dann drin sofern welche da sind wir haben hin ist in der powershell service ähm mit dem jeweiligen status dann und was ich auch machen kann ist ähm so ich kopiere das jetzt einfach mal framework service nämlich lasse jetzt immer diese meldung aus aus ploppen ähm also hier sehen wir hier zeit fehler ist single for windows ist so die quelle ist single for windows hier diesen powershell dienst müsste ich irgendwann ähm müsste ich umbauen glaube ich nochmal ähm zwei ist single power shell das ist einfach diese ähm variable die ich jetzt mitgegeben habe und das kann ich natürlich jetzt hergehen und kann sagen ich filtre mir im application event log die quelle ist single for windows und gebe mir einfach alles entsprechend dann dann aus und habe das hier auch sauber letzten endes drin das heißt ich kann auch wenn ich meinen code sauber schreibe und eben gucken möchte funktioniert etwas sind die demons gestartet also a starten die demons funktioniert hier drinnen und alles könnte ich auch hier auch einfach dann für diesen service restart auch einfach einen error ausgeben der mir letzten endes dann sagt gut ähm der dienst kann nicht gestartet werden weil mir fehlen die berechtigungen dann würde ich im event log auch sehen und kann damit auch ähm auch reagieren dann und so kann man das dann relativ einfach alles bauen äh in der 1 1 0 wie gesagt ist das hier drin ähm sobald die 1 1 0 veröffentlicht ist kann man das hier auch entsprechend nutzen für seine plugins für seine module etc was dann auch letzten endes noch mit reinkommt ist folgendes ähm dass der demon an sich prüft kann ihr demons starten funktioniert das alles dass er da im vorfeld schon eine prüfung dann macht was es registriert welche demons werden zum beispiel dann gestartet was dann auch zum troubleshooting hilft ob zum beispiel er überhaupt den demon hier laden würde ob er das überhaupt findet ob das funktioniert das kommt alles mit der 1 1 0 noch rein wie gesagt das hilft auf jeden fall dann auch zum debugging zum troubleshooting dann nochmal es gibt dann auch einen ähm den debug modus den ich aktivieren und deaktivieren kann damit dann auch zum beispiel ich ähm wenn ich was live troubleshooting möchte ähm da auch dann einfach dedizierte ids dann habe ja das war es jetzt auch dann für das heutige webinar zu diesem thema ähm ist ein sehr einfaches beispiel jetzt gewesen aber es war das was glaube ich am naheliegendsten war was man machen kann ähm ansonsten bin ich gespannt was von der community her kommt an demons letzten endes dann noch wie gesagt man sieht ich muss jetzt nicht wirklich viel noch instillen oder irgendwas sondern ich nutze die funktionen die eben alle aus dem framework letzten endes dann kommen um ähm hier sage ich mal dann auch entsprechend das ganze dann bereitzustellen plus eben dann standard powershell themen in dem sinne dann ich werde jetzt an die doku noch mal ein bisschen anpassen für dieses beispiel dass das eben mit diesem error action stop noch drin ist dann und wie gesagt das ganze kann man auch selber gerne nachmachen dass es mehr oder weniger das beispiel was ich hier auch entsprechend auf der seite beschrieben habe schritt für schritt noch mit weiteren erklärungen dazu was dann ganz gut vielleicht als ergänzung für ähm dieses äh webinar dann ist auch später für youtube dann wenn hier noch feedback ist gerne einfach äh fragen noch gerne an mich stellen ansonsten auch gerne direkt kontakt mit uns aufnehmen ähm dass man dann auch entsprechend ähm ja da wir noch unterstützen können in dem sinne ansonsten möchte ich noch auf das ist in ganz zwei allgemeine webinar hinweisen am 27 mai da geht es mal komplett darum wie ist der aktuelle stand von issinger 2 was gibt es alles und ähm was kannst denn out of the box jetzt also nicht irgendwas installieren so einfach wir gehen mal durch was gibt es denn alles wie ist der aktuelle stand und welche möglichkeiten habe ich da ansonsten wie gesagt gerne kontakt aufnehmen über mail per sales at netwest.de oder telefon twitter facebook oder einen youtube kommentar da lassen da gehen wir auch entsprechend drauf ein und ähm ja damit wäre dann die session hier auch schon zu ende ich hoffe es war informativ ich hoffe man konnte das ein oder andere mitnehmen und ähm ja ich würde mich sehr über feedback wie gesagt freuen und dann auf jeden fall noch einen schönen tag und eine schöne restwoche und bis hoffentlich zum 27 mai zum nächsten isinger webinar und dann auf jeden fall